Okay, begrüße euch zum nächsten Trailerlich. Ja, sie nehmen uns alles immer öfter Enteignungen zugunsten von unserem dahergeschwommenen. Naja gut, macht euch da natürlich wie immer eure eigenen Gedanken drüber, aber es ist natürlich nach wie vor ein sicheres, ein tolles Land, in dem es sich zu loben, äh zu loben lebt. Quatsch, in dem es sich zu leben lohnt. Und könnt ihr dann wieder gerne schauen bei VK, Odyssee, Rumble und Bitschot und dann vielleicht bis gleich. Ja, der falsche Versprecher war jetzt wahrscheinlich auch wieder vonnöten.